Hallo und herzlich willkommen zurück bei Monster Hunter Stories. Ja, wir kommen mit der Story nicht voran, weil wir natürlich noch stärker werden müssen. Das bedeutet, neue Rüstung. Die haben wir ja schon herausgefunden, ihr habt. Neue Rüstung, Schmiedequest. Haben wir auch akzeptiert, sehr gut. Denn wir brauchen nochmal eine bessere Rüstung von Donner. Das bedeutet 8.000 Zenny. 3.000 Zenny haben wir am Start. Um die restlichen Zenny zusammenzukratzen, müssen wir die eine Quest mit den Kuh machen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Runden, aber auf jeden Fall, jetzt haben wir hier zwei Nebenquesten. Alles klar. Guck mal, die sind nicht mehr verpestet. Pesthauch ist hier schon mal weg. Sehr gut. Ähm, jetzt weiß ich nicht, welche Quest hier jetzt die richtige ist. Ähm, hier sind drei Höhlen. Quest-Höhlen. Steht das dann da? Ja. Rathalos. Mach ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich den Rathalos schaffe. Wäre eine gute Gelegenheit, äh, um, ne? Zu sammeln. Rathalos. Wo ist denn jetzt die Höhle? Hinter uns? Hier. Rathalos. Schon wieder. Also drei Questen auf einen Haufen. Ich weiß nicht, ob ich die zwei da unten schaffe. Keine Ahnung. Ich glaube eher nicht. Also lasse ich das. Was zum Figur. Hm? Da raus, ja. War die falsche Richtung. Okay. Ähm. Also da unten. Ja, kurz stehen mal. Keine Zeit für dich. Das Kaffee ist kalt. Ja, ja. Feuer spucken. Ich kann auch Feuer spucken. Und beschwere ich mich? Nö. Ja, genau. Achso. Diese Vorspulen hier. Ah, ja. Und Katsching. Bamm. Bamm. Auf dem Boden mit dir. Und schütz. Besiegt. Na, ich weiß nicht, ob ich die Eier noch mitnehmen soll. Hm. Also das Ei. Ich glaube, das lohnt sich kaum. Aber. Langweilig. 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 Oh, keine Eier mehr. tschüss und raus ich hoffe das mit den eiser die man lieber sein lassen immer mit einzusammeln das ist eine schöne gute sache ja aber richtigen vogel also den richtigen perfekten vogel kriegen wir eh nicht bitte 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 und runter sehr schön so quest abgeben quest annehmen so was ich meinte ist hier also was hat hier können wir geld und hier nicht oder ja einfach mal abgeben sehr schön so welche quest war denn jetzt mit den anderen zwei höhlen ich glaube willkommen dass sie sich lohnen ach hier n club newsletter äh und der andere miausteren outfit das stimmt 5 pondri hügel 5 das ist schon ein bisschen äh stärker als normal äh man kann von die zwei ne äh äh eier bekommen ja aber mhm ich brech die ab ich will die nicht schöne gute sache aber ich will die nicht machen wegen ja zu stark und schwierigkeitsgrad 5 nein danke so wie oft müssen wir noch zwei drei mal oder so und dann haben wir es hm 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 unbedingt fertig haben und dann sind wir safe gegen donner es ist ein wassermonstie ja trotzdem zeigt die höhle hier vorne ach jetzt ist das vier hier vorne ok let's go vorbereitung ist alles dazu dazu hier jetzt durch ok auf zum nest sehr schön wenn diesmal lasse ich jetzt die eier weg ich muss nicht jedes eier mitnehmen hmm tschüss ja fertig obwohl wenn ich das Ei nicht mitnehme dann komme ich nicht so schnell raus ich muss das Ei mitnehmen langweilig, aber ich nehme nur einmal so, dann sind wir sofort raus weil ohne das Ei kommt man nicht so schnell raus das ist der einzige Nachteil so, sehr schön erstmal abgeben erstmal abgeben und dann schon mal nochmal ich glaube einmal müssen wir noch einmal müssen wir noch einmal müssen wir noch ja, einmal noch sorry, aber einmal müssen wir noch durchboxen so was zum Teufel denn her hä warum ist da so ein Rathalos und so groß warum ist da ein Rathalos ok das ist cringe ähm ähm nest sehr schön spitzhünder kutku ist ein spitzhünder ja, aber ernsthaft warum war da ein Rathalos warum war da ein Rathalos hm Hmmmm. Hmmmm. Bam. Tot. Ich hoffe dieser Rathalos kommt uns nicht entgegen. Das wäre unangenehm. Ein bisschen unangenehm. Langweilig. Ach, einfach mitnehmen den Scheiß. Kann ich auch mitnehmen. Dann kommt man noch schneller aus der Höhle. Oh ja. Oh mein Gott. Schnell weg hier. Ich wusste es. Der ist immer noch da. Ein bisschen Bange habe ich davor schon. Mit den Rathalos. Gut. Das war die letzte Aufgabe. Und ich hoffe, dass wir den jetzt diesmal besser schaffen. Aber ich habe keine Ahnung, äh, gegen was man, also gegen Wasser, äh, eigentlich Strom. Aber das Vieh hat auch, äh, Wasserelement. Ah, verdammte. Also Strom-Element ist Kampf und Wasserelement ist er, ähm, ist ein bisschen schwierig zu sagen, ob wir den besiegen können oder nicht. Äh, Kressabpunkt? Äh, Kressabpunkt? Ne. Ja. Hm, schwierig. Ja. Und jetzt haben wir genug. Äh, schmieden. Und die Rüstung anfertigen. Sehr schön. Ja. Ja, das wollte mich sehr. Jetzt müssen wir sie noch umziehen. Grün ist doch eigentlich ein bisschen schlechter, aber egal. Ob wir mit der Rüstung das schaffen. Mh, ist so eine Sache. Das ist hier nur Grill. Ja, hat mir schon so gedacht. Zum Aufwerten zu teuer. Okay, äh, dann gucken wir mal nochmal bei Karavane. Ähm, erstmal speichern, ne? Ganz richtig. so wo ist denn überhaupt die quest noch mal reinige bildungsärztin koopny und babda regenwald koopny und babda regenwald regenwald eingang regenwald annähernd koopny regenwald ich habe absolut keine ahnung mehr wo ich war dorf koopny ok und dann regenwald ja irgendwie so war das ach hier drin in der höhle in der feuchten höhle und ob wir jetzt stark genug sind bezweifle ich aber ich kann ja mal kurz die waffe eigentlich mal oder weil das gift drauf ja komm wir mal mit der giftwaffe so einfach mal geradeaus durch ok aufsteigen können wir nicht ein bisschen schade und weiter geradeaus an die viecher vorbei wieder nö 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 kann es mir geben tschüss 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 los somit ist das hier weg nach der nächste gesagt ich würde hier auch gerne fliegen wollen aber ist hier nicht gegeben wir sind ok geradeaus erst mal ja doch geradeaus so ab in die höhle der möhle da kommt gleich ein vieh raus ok let's go koffe wir sind stark genug wir haben kein mega tränke nach wir haben keinen mega trank ich glaube da bin ich ein bisschen unvorbereitet und nur ein bisschen scheiße wir haben kein mega trank kein heiltrank das bringt nichts das bringt nichts um technik Aber es ist vergiftet. Schuppen? Ich weiß nicht, welche davon Schuppen sind. Ich denke mal, die sind Schwänzchen, ne? Hmm. Nicht mehr vergiftet? Das finde ich gut. Wir verlieren gleich ein Herz. Also ich gehe eigentlich auf die Schuppen. Aber da passiert einfach nichts. Ich gehe das. Oh, er liegt auf dem Boden. Ich kann nur angreifen, wenn ich. Hm, immer noch kein Ride-On. Nope. Hä, was war das denn eben? Ja, ich hab ihn schon abbekommen. 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 Also ich hau die ganze Zeit auf die Schuppe. Aber es bringt einfach nichts. Weiter. Wir haben nicht mal Heilung. Das ist das dümmste, was ich jemals gemacht hatte. Ohne Heilung da rein zu gehen. Jetzt müssen wir hier weg. Verpiss. Tschüss. Oh, ernsthaft? Ich sagte Tschüss. Jetzt verschwinde. Hau ab. Oh. Oh. Quatsch nicht immer. Navi. Wenn ich das hier überleben will, hör auf zu quatschen. Okay. Dorf. Auf zum Dorf. Äh. Ey äh. Wer nicht Kourtney. Takum. So, dann muss man auch mal kurz gucken hier. Ähm, also Kombi. Jaaaaaa. Aber sie mit dem Stöcken trank ja. Okay. Sehr schön. was fehlt uns dann noch ja mega tränke mal gucken wie teuer sie sind warum schritt ist auch völlig falsch obwohl doch da fehlt mir schuppe gibt es hier noch eine andere waffe die vergiftung drauf tut wäre mal schön zu wissen hier noch elektron Hm. Hm. Äh, also Vergiftung hat da gut geholfen, nur dass ich, ähm, keine Heilung hatte. Hm. Gucken wir nochmal hier, Megatränke. Verkauft die auch Megatränke? Nein, nur Kraut. Da muss ich mal kurz woanders hin, um, äh, die starken Tränke auch noch zu bekommen. Ich glaub, das krieg ich nur bei Coop nie. Einmal mal da hin. Dorf Coapen. Schauen wir mal. Ähm. 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 Was ist das hier? Schallt so. Ja. Sehr schön. Heildringer. Ähm. Schwierig. 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 Es gibt doch Giftmesser. Edustein. Ich kann nur maximal zwei. Das reicht natürlich nicht. Das bedeutet, wir müssen noch ein bisschen Geld sammeln. Erkundungstour. Sehr schön. Oh ja. Da können Sie schon bessere Sachen sammeln. Sehr schön. Hm. Filze? Beeren? Beeren? Können die auch Knochen sammeln? No. 30 Minuten? Ja. Sehr schön. Ja, wir haben Eier. Ich weiß. Hm. Ja, jetzt muss er aber wieder hier, ne? Zum Dorf. Hakum. Sieht ja nicht anders. Sieht ja nicht anders. Wir brauchen ja Geld. Mal gucken. Megatränke müssen wir eigentlich auch durch Quest bekommen. Große Fassbombe. Erleger ein Urogan. Große Fassbombe. Also, die macht richtig Boom. Schön zu wissen. Megatrank. Da braucht man ja nur Erze sammeln. Oh. Jo. Erze mittleren Grades. Wo konnte ich denn am besten Erze sammeln? Hm. Hm. Des mittleren Grades. Uh. Kann man das auch hier bei uns am Start sammeln? Oder? Müsste eigentlich machbar sein, ne? Hier zu sammeln. Nur halt ein bisschen gucken, ne? Mit Erze. Ja, ich glaube hier am besten. Naja, Problem ist halt nur... Nur hier vorne und dahinter. Dreh dich. Dreh dich. Das dauert viel zu lange. Ja. Also, wer kann das was tun? Hm 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 hm. Da ist ein Ratter los. Mhm hm hm. Äh. Gebärzer. das können er jetzt mehr so also einmal haben wir die quest fertig ein bisschen mau dann müssen wir noch morgen erze sammeln ihr habt ihr sehen wir haben probiert sind zu vergiften selbst das hat nichts gebracht auch zu wenig infos über den huch das ist ein falscher Das ist ein falscher Quest. Wo ist die richtige Quest? Hä? Ähm. Das ist die richtige Quest. Moment mal. Pipes Hunger auf einmal? Hä? Gibt es hier zwei Questen mit Megatrank? Ich kaufe nicht. Megatrank? Hier. Oh, reicht noch nicht. Okay. Okay, okay. Das reicht noch nicht. Also muss man noch. Oh, dreh dich. Dreh dich, dreh dich. Alle Leute sehen dich. Dass hier vorne ein Dreck in Baus ist. Hm. Hmhm. 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 Ja, er ist zu spät. Jetzt sammle ich weiter. Okay. Meine Güte, mein Magen knallt. Verdammt. Ich muss ja mal irgendwas essen. Okay. Ab zurück. Was ist da los? Achso. Das ist los. Hmhm. Na, ein Megatrank, das reicht ja hinten und vorne nicht. Also, um Pipes Hunger gibt ja auch einen Megatrank. Okay. Ja, sag ich's Grinch. Strange. 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 Ja, keine Ahnung. Aber hier war eins von beiden. Wird schon stumm. Ich schrecklich. います Vereben, embargo, dasît nicht so, Wir sind gerne in die Geschichte stumm. Ich sehe mich. Lieber, wie soll ich in die İnstur REPLASIO drehen. was soll ich dazu sagen, morgen müssen wir dann weitermachen dann sage ich mal, das war es dann erstmal für diese Folge, falls du neu bist auf meinen Kanal, gerne abonnieren, Glocke nicht vergessen zu aktivieren und keine weiteren Folgen von Munzern, das ist doch nicht mehr zu verpassen, abends ab 20 Uhr ab heute, tschüss, 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 tschüss. Bis zum nächsten Mal.